Jeden Moment genießen, das Leben auskosten und gleichzeitig das warme Gefühl der Sicherheit. Sich fallen lassen, Zeit nehmen, Zeit für Familie, Zeit für die wichtigen Dinge im Leben, Zeit für mich. Und das, was mir lieb und teuer ist. Mehr Geld, mehr Zeit, mehr Sicherheit. Das ist unser Versprechen. Wir analysieren sämtliche Finanzdaten Ihres Haushalts, werten sie aus und erstellen Ihr ganz persönliches Finanzgutachten. Unabhängig und verlässlich. Damit geben wir Ihnen konkrete Empfehlungen, wie Sie Ihre Ausgaben senken, Ihre Einnahmen erhöhen, wie Sie sich vor finanziellen Risiken schützen und Ihre Wünsche und Ziele schneller erreichen. Wie das funktioniert? Mit dem einzigartigen Telesystem. Wir erfassen all Ihre Finanzdaten von A bis Z. Weil wir Wert auf Sicherheit und Professionalität legen, werten wir Ihre Daten in unserem eigenen Rechenzentrum aus. Daraus entsteht Ihr individuelles, dreiteiliges Finanzgutachten. Die Grundlage unserer Beratung. Wir prüfen zusammen Ihre Haushaltsbilanz und kümmern uns um die Absicherung der existenzgefährdenden Risiken. Niemand kann Sie vor Krankheiten oder Unfällen bewahren. Aber wir können Ihnen zeigen, wie Sie sich und Ihre Familie vor den finanziellen Folgen schützen. Das Niveau der gesetzlichen Rente sinkt Jahr für Jahr. Deswegen widmen wir uns Ihrer Altersvorsorge. Wir zeigen Ihnen alle Möglichkeiten auf, Ihre Rentenlücke zu schließen, damit Sie im Alter auf nichts verzichten müssen. Und schließlich sorgen wir für den Aufbau Ihres Vermögens, als Basis für das Erreichen Ihrer Wünsche und Ziele. All das bündeln wir in Ihrem persönlichen Serviceordner. So haben Sie immer alles auf einen Blick perfekt strukturiert. Wir richten uns nicht nach Geschäftszeiten, sondern nach Ihren Bedürfnissen. Telefonisch und online sind wir rund um die Uhr für Sie erreichbar und regeln alles, was Ihre Finanzen, Ihre Absicherung und Ihr Vermögen betrifft. Unser Mandantenportal ist das Zuhause für Ihre Finanzinformationen und wichtigen Dokumente. Hier können Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben überwachen, Ihre laufenden Verträge einsehen, Erinnerungen und Abläufe im Blick behalten und schnell einen Versicherungsschaden melden. Damit Sie sich auf Ihre Wünsche und Ziele konzentrieren können, kümmern wir uns um Ihre Finanzverträge, passen Sie Ihren Bedürfnissen an und erinnern Sie an Termine und Fristen. Das ist das TELES-System. Wir betrachten Ihren Haushalt ganzheitlich, wie ein kleines Unternehmen. Darum nennen wir uns auch die Unternehmensberater für den privaten Haushalt. Wir beraten Sie fair, transparent und ehrlich. Wir hören Ihnen zu und begleiten Sie. Wenn Sie wollen, ein Leben lang. Mehr Geld, mehr Zeit, mehr Sicherheit. Das ist unser Versprechen. Das ist unser Versprechen. Das ist unser Versprechen.